Hey Leute, mein Name ist Lotte, Danny, Justin, willkommen zurück bei Far Cry 4. Hier sind wir wieder und lasst uns sofort auf die Karte gucken, das was ich eigentlich immer zuerst mache, wenn ich mit dem Mission beginne. Und die Mission befindet sich gerade neben uns, okay. Wir können zu Jogi und Reggie gehen, ich überlege gerade, ob wir was vorher noch machen können oder sollen oder wollen oder was auch immer, anscheinend nicht. Deswegen, lasst uns gleich hingehen. Müsste sich ja gleich in der Nähe befinden, oder? Naja, so nah sieht es jetzt nicht aus. Ich versuche es einfach mal hinzugehen jetzt. Ah doch, ist gleich da. Was für ein Zufall. Lass uns reingehen. Stimmt, der Posaunenspieler. Der einarmige Posaunenspieler. Aber jetzt wo AJ hier ist, kann er unseren kleinen Streit beilegen. Ja, das kann er. Aber er ist unser Besuch, also lass uns gastfreundlich sein. Das ist nur vom Feinsten. Wir nennen es Oculus Spiel. Das Zeug springt die Grenzen deiner Wahrnehmungskraft. Ach du Scheiße. Dazu brauchst du noch einen Topper, mein Freund. Ah. Sag nicht, wir haben uns schon wieder verarschen lassen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Na, das fängt ja schon wieder super an. Na, wo landen wir dieses Mal? In der zweiten Arena, oder was? Letztes Mal sind wir in einer Arena gelandet, wo wir gegen... Ja, wo wir um unser Leben gekämpft haben. Und das war wirklich gar nicht so einfach. Ich hatte Herz klopfen bis zum Gehen nicht mehr. Und jetzt landen wir... Es sieht so aus wie im Wasser. What the fuck? Oh nein, oh nein. Oh shit. Oh shit. Wo bin ich denn hier gelandet? Habe ich irgendwas dabei? Ich habe nichts dabei. Wollt ihr mich verarschen? Nur ein... Ein Messer. Kann ich den aufstützen irgendwie? Ah, das ist total dumm. Keine Ahnung, was ich da mache, aber... Ich muss es tun, glaube ich. Wow. Was soll ich machen? Ich kann nichts machen. Ich bin tot. Ich bin tot. Okay. Lass mich erstmal die Logik verstehen und wissen, was ich überhaupt da tun hätte sollen. Ich weiß, das hätte ich auch vorher bedenken können, aber das war jetzt im ersten Moment die einzige Möglichkeit, die ich hätte tun können. Und die ich auch wahrgenommen habe, aber... Gut, wir machen es einfach nochmal. Vielleicht gibt es hier einen anderen Ausweg. Oder vielleicht schleichen wir uns hier am Bär vorbei. Auch eine gute Idee, ne? Einfach vorbeischleichen. Keine Ahnung, wieso wir ihn überhaupt töten wollten. Oder wieso ich das tun wollte. Ja, stehe jetzt auf. Moment mal, liegt da was am Boden? Man sieht ja diese... Diese, ja... Diese, diese, diese... Einen Diamanten. Oh, auf jeden Fall sieht er mich dieses Mal nicht. Oh nice, hier sind sie. Gebetskette. Ich glaube, ich befinde mich nur im Zaum gerade. Was heißt ich glaube? Ich bin mir ziemlich sicher. Oh, Beutetasche fast voll. Verdammt. Uh. Aufpassen. Wird es hier irgendwo lang? Oder eher nicht? Nein. Gut, dann machen wir es so, dass wir hier runter gehen. Und hier hoch? Fragezeichen? Ja. Oh, aufpassen. Würde ich mal sagen. Bitte sag mir nicht, er wird wach. Nein, hier... Oh, hier muss ich gar nicht lang. Verdammt. Wo muss ich denn als nächstes lang? Da hinten, sehe ich gerade. Okay, nochmal. Oh, nicht wach werden. Ganz langsam und unentdeckt. Versuche ich langsam herauszufinden, wo es lang gehen könnte. Aber ich schätze mal da lang irgendwo. Ja, ich glaube hier, oder? Nein, auch nicht. Oh, was haben wir hier? Pilze, okay. Mann, wenn ich das nur wüsste. Wo geht es denn hier weiter? Ich will den nicht aufwecken. Oh, der hat eine Leiche. Okay. Der hat eine Leiche zum Spielen. Ja, schön für ihn. Dann gehe ich mal hier runter. War ich hier schon überhaupt? Nee, ne? Das habe ich gar nicht gesehen. Oh. Aufpassen. Was habe ich hier? Es geschah während der großen Dürre, dass die Münche von Kaliyama Kloster erstmals ein Waisenmädchen zur Reinkarnation von Kyra ernannten. Sie sahen in ihr das Lotuskind, das endlich Regen bringen könne. Das Waisenmädchen läutete die allererste Glocke auf einem heiligen Turm und am nächsten Tag fiel ein großer Regen. Seitdem werden die Glocken zweimal täglich geläutet, um den Göttern zu danken. Um den Göttern zu danken. Die Türme mögen vom Heiden Pagan Min und seine Armee von Verrätern zum Schweigen gebracht worden sein. Aber an Orten wie diesem können wir immer noch Kyra und Banaschur huldigen. Interessant. Sehr interessant. Vor allem diese Musik im Hintergrund hört sich echt zum Teil auch friedlich an. Ich glaube, ich muss da lang sogar. Oh, ich muss hier sogar lang. Okay. Habe ich wahrscheinlich irgendwie nicht gesehen. Ich bin blind oder so. Niemand wird es wissen. Niemand weiß es. Hast du eine Waffe? Nein, hast du nicht. Okay. Oh, Mann. Verirrt und verwirrt. What the fuck? Oh, gib mir die Waffe. Ich bin eine Waffe. Nice. Endlich. Meine Güte. Oh, mein Gott. Hallo. Alles klar. Mann ist voll. Ach du Scheiße. Wo bin ich hier gelandet? Ich komme mir vor wie im siebten Himmel. Hui. Der siebte Himmel. Henni, Herr. Das geht mir gut. Keine Sorgen mehr. Keine Sorgen mehr. Geh mir die Pflanzen. Oh ja. Ein rotes Blatt gefunden. Wie geil. Geh mir das schöne Blatt auch noch. oh ja geil 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 alles ist rosa von rot auf rosa what the fuck ist hier los hallo nur ernst fein heilige scheiße hallo herbert ich bin nur in deiner fantasie nee 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 la 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 wir gehen gemeinsam unseren weg meine güte der pisser nervt verpiss dich du scheiß bärmann keiner kann ich leiden nein keiner kann dich leiden keiner kann ne einzule den normal damit auch kein gutes sie sind verschwunden das sind mal irgendwelche richtig krassen drogen alter wo bin ich halt zum einsammeln ich bin aufgestehen geil alter ich liebe es so hallo alles klar war das heilige scheiße die sind explodiert diese fischer what the fuck drogen ich komme ich bin auf dem weg keine sorge vielleicht da oder um ist ein gleiter ich würde gerne fliegen und loslassen hallo boom bitch wow wieso bist du schnell tot what the fuck oh yeah du hast sehr schöne haut volles item ist klar meine güte ich muss mal wieder sachen verkaufen das sehen die langsam die nerven alles ist so unabhängig irgendwie unglaublich wie ich mich fühle ihr glaubt gar nicht leute ich fühle mich einigartig neu geboren die farben so lang ist wunderschön ich würde mal interessieren ach du scheiße habe ich gesteckt what the fuck ich will nicht von so einem rinoceros getroffen werden ernsthaft nicht nein 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 oh noch ein weites say note wird fack okay das lands der drogen wundervoll ich liebe sie sie sind so und darf voll 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 Antworten? Hallo? Oh mein Gott. Holy shit, what the fuck? Ja. Oh, da ist jemand, den muss ich töten, glaube ich. Oh. Hi. Ah, fuck. Ach du Scheiß, okay. Oh man. Was? Und Teufel. What the fuck? Okay. Heiliger Rhinoceros. Also dieses Nashorn war ich sehr sauer, sehr angepisst. Vor allem wie stark die aber auch sind, ne? Man müsste mal auf den Reiten können, das wäre besonders. Aber scheiße, Mann. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Verdammt. Na gut. Wir sind wieder auf Droge, na prima. Wir sind wieder an derselben Stelle, oder? Ja, wir sind wieder an derselben Stelle, wo wir gestorben sind. Fehlende Dinge fehlen, finde sie. Ich erinnere um mein Leben. Scheiße, ich hab kein Messer mehr, gar nix. Verdammt. Oh, was haben wir hier? Was soll ich denn hier finden? Ich hab kein Messer mehr, gar nix. Scheiße. Oh, was ist das hier? Oh, was ist das hier? Halten zum Lesen. Royal Army Vorfallsbericht. Äh, Sachlage. Ja. Könnt ihr euch durchlesen? Einfach kurz das Video stoppen. Wenn ihr wollt. So. Hm, was kann man hier drin finden? Nur klettern kann man da rein. What the... Oh, shit. Bienen gibt's hier auch. Oh, mein Gott. Von denen will ich nicht getroffen werden. Hui. Fliegen, oder? Ja, ja, ja. Oh, scheiße. Meine Güte. Diese Drogen sind echt nicht super. So, ich werfe mal ein paar Steine. Hab ja keine Waffen, gar nix. Scheiße. Hab ich Granaten? Auch nicht, ne? Ein Wurfmesser hab ich. Verdammt. Das ist prima. Was? Ach, verdammt. Wisst ihr was? Ich nehm einfach einen anderen Weg hier. Versuch an denen vorbeizukommen. Weil ich hab wirklich gar nix gerade. Oh, da hinten sieht's aus, als wär das das... Was möchte ich da hin? Ich würd die gerne töten, aber ich kann grad nicht. Weil ich gar nix dabei hab. Wirklich gar nix. Hab ein paar Spritzen dabei. Nein! Ha! Überlebensspritze. Prima. Dadurch können wir überleben mit der Überlebensspritze. Sehr gut festgestellt. Nein, die sehr gut gemacht. Okay. Wir sind gleich da. Yeah. Neuer Ort. Los geht's. Hoffentlich gibt's hier sowas wie ne Waffe oder so. So, und jetzt fallen lassen. Haken lösen. So. Geh natürlich schneller nach unten als nach oben, aber... Nein. Nein. Oh nein, nicht ich. Wirklich nicht ich. Bitte, Mann, nicht ich. Oh, what the fuck. Ich renne einfach weg. Ist mir scheißegal, Alter. Ich hab gar nix. Ich hab nur einen scheiß Dreck. Verdammt. Ich könnte kotzen, Alter. Oh mein Gott. Wie viele soll ich davon noch geben? Von diesen scheiß Bären. Die gibt's überall. Bären. Mit E. Bäh. Na, jetzt mal ehrlich. Das nervt mich, weil ich hab wirklich gar nix. Ich bin im Land der Drogensade, wo ich eigentlich nicht gehen gehören sollte, glaube ich. Bitte lass mich aber in Frieden. Danke. Hm, nope. Ja, keine Ahnung. Hier auf jeden Fall nicht. Ich lass mich mal hier runter. So. Nice gemacht, Brudi. Oh, hier ist das Wasser? Sieht nach Wasser aus. Nein, das ist aber nicht... Meine Güte, bin ich auf Droge. Heilige Scha... Was? Wohin denn jetzt? Ach, da rein. Uh. Okay, Moment. Oh, ich bin da.